und Recht herzlich willkommen zur 153 folge von towns ja letztes mal haben wir den berg angekreidet dass das abgebaut wird und wir haben hier irgendwo noch den da oben ich weiß gar nicht wie ob die dahin kommen können Könnte vielleicht sein da kommt ein händler rein dann lass das mal gerade laufen Und Ja hier hat man noch dingens geguckt dass die mit den steinen und das ist jetzt hier Die steine werden eigentlich hier war der grüne schleim Ja genau da war der grüne schleim Sind hier die steine auch ausgewählt Was ist denn denn da ausgewählt gar nix Ist aber richtig das lager oder? Ja Da sind steine drinnen Wo ist denn das hier sagst du der jetzt ist erstmal der händler angekommen Gucken wir rein der hat lauter rüstung hier in irgendeiner form wir haben aber nichts was der tauschen will Geld haben wir 15 also ist das auch erledigt Kann man nix machen So jetzt nochmal hier Manage Da sind Steine Passt 2650 hier Manage Und Keine Steine Machen wir aber auch Steine hin oder? War was anderes ausgewählt? Ich glaube nicht Hier ist auch nix ausgewählt Und da auch nicht Also war das schon mal klar wo der Her soll So Die Kerze ist richtig Da wird eine hinkommen Die Kerze ist dann auch richtig Dann lass uns mal gerade da noch eine Kerze hinstellen Da Da Dort Und Da Toll Die ist schon falsch Kommen natürlich super schnell angelaufen Hau ab Unlock Und Kerze auf ein neues auswählen Da Und da So jetzt haben wir es Wer ist hier Ausgewählt Da ist niemand ausgewählt Und grüne Schleime sind hier auch ausgewählt Die waren aber schon da unten ausgewählt Das bedeutet Mach die weg Und das auch Dann können wir diesen Stockpile aber auch destroyen Definitiv weg machen Und den nächsten machen wir dann da hin Aber warte mal Der war wirklich die grünen Schleime Oder Ja Dann brauchen wir da auch nix mehr Das war der erste Ich glaube so ist es richtig Ja So ist jetzt nur die Frage Was wir dann da reinstellen Kerze ist da Und da Passt Und Manage Stockpile Farben Machen wir jetzt Nee Den nicht Sondern den Wunderbar Haben wir Kerze wieder auswählen Achso ist schon ausgewählt Da Und da Was managen wir hier Grüne Kugeln Ja dann können wir da auch grüne Kugeln managen oder Das ist hier Das ist noch da Manage Grüne Kugeln waren jetzt nicht da oder? Oder waren die hier Nee da haben wir jetzt einen falschen Stockpile Destroyen wir den wieder Das waren die Okay Manage Grüne Kugeln Der war grüne Kugeln Das bedeutet der wird einmal weg So das wäre jetzt direkt am Rand hier aber eigentlich Puh ist auch egal ne Kann man setzen oder? Die Steine müssten mal irgendwo Geholt werden und hingesetzt werden Ich glaube wir machen auch noch ein paar Stockpiles hier unten für Steine noch mehr Das bringt sonst glaube ich nix Jetzt ist doch quadratisch praktisch gut oder? Da auch noch einen Passt Und Da auch noch einen hin Kommt hin ne? Kerzen Kerzen Da Da Dort Aber wieder Sag schon Meine Maus eingeklemmt mit dem Kabel Dass ich dann wieder nicht ordentlich arbeiten konnte Gut Jetzt müssten die Steine nur weggeräumt werden Das ist das Entscheidende So Das haben wir Dann lass uns hier weitermachen So Dahin Manage Stockpile Rote Kugeln Und den auch managen Blaue Kugel Passt Warum machen die jetzt keine Steine hier mehr weiter reichräumen? Ärgerlich So Weiter geht's Hier wird abgebaut Oder wurde abgebaut Können sie mal weiter was machen Hier reingucken Neben das Mittel Drei Brote Sechs Äpfel Zwei Beeren Kuchen Kuchen ist gerade aufgegessen worden Und der Kuchen ist nicht da Okay Sieht einigermaßen aus Gut Ja 2, 4, 6 Zwei 4, 6 Zwei, 4, 6 Zwei, 4, 6 Na, passt ne Sieht irgendwie größer aus Der weiß auch nicht warum Wahrscheinlich wegen den Schattierungen So Kerzen werden gerade keine gebaut mobile ja ist da der könnte dann noch eingeräumt werden wird auch nicht gemacht ja jetzt können wir ja eigentlich noch ein bisschen um quasi das geht auch da noch zwei ich weiß gar nicht ob er unter diesem sand das auch macht auf jeden fall sind erntearbeiter jetzt gerade kommen und wollen das vielleicht machen so fertig gut hier sind noch zwei bäume und den morgen da wird umgegraben ok darum auch hier passiert nichts der da oben ist auch nicht weggeräumt worden ok die sind gerade am umgraben und wo sowieso sieht unter dem dreck auch mut läuft mehr brauchen wir getreide da geht es jetzt nicht hin wegen dem längens kommen wird für dich dann kann ich das daraufhin machen oder schläft er da ging jetzt auch nicht weil da was hingelegt hat den sand nämlich okay dann nicht da können wir noch was machen läuft hier soweit sind auch welche am pause machen 72 von 80 haben wir also noch drei weniger oder mehr wie drei weniger schon das sind wir denn hier blind dann könnten wir gucken dass wir da noch ein flint machen hier flint müsste da sein 26 passt warum ist da gerade einer gestorben wenn ich stockpile und flint ist das machen wir den stockpile mal weg passt dann sollte der flint darüber getragen werden oder macht das einer oder macht das keiner da werden steine aus keller geholt und da reingebracht auch schön aber hier oben wo sie direkt neben liegen passiert gar nichts das sind helden das ist der erste flinten und die steine sind hier unterwegs überall guck mal besser ist das man was er gemacht haben was haben wir gemacht und die liegen natürlich überall ist auch klar nicht so dollar hier geht jetzt auch nichts keine ahnung warum hier können wir noch ein bisschen getreide anpflanzen da und da 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 ist eine kerze muss die dahin weiß ich jetzt gar nicht ja hier hat man schon gemacht das bedeutet dass man wieder rückwärts machen so die pflanzen überall an eine mutten lassen wir erst liegen bis einer kommt und den braucht dann können nämlich loswerden hier ist schon rüber getragen worden aber nicht unbedingt von hier wer weiß wo der flint wieder weg kommt wahrscheinlich aus den tiefsten erden das ist nicht wahr ach das ist einer hat das dahin gelegt dann wussten die dass das das da liegt und haben die anderen fallen lassen das ist wirklich bis zur treppe dann guckst du hier und da ist es wahrscheinlich ähnlich naja was soll's ist halt so so gehen wir mal runter gucken ein bisschen ich mache diese immer weg die will ich da gar nicht mehr haben wo das alles oben haben dann können das auch alles oben lassen so hier ist nix los doch hier ist was hier ist was so da schon geist der vergangenheit ja da läuft auch einer rum was macht er ist es in den ganzen hält ich glaube ja naja der geht jetzt erstmal zu kämpfen und hat den erstmal entledigt okay hier gibt es noch weitere räumlichkeiten die man dann da erstmal machen kann sneaker hat okay hier ist eine schicke kugel und da hat sie irgendwie dahin gerafft keine ahnung wen ach so da ist die treppe alles klar gut wieder hoch auf die null ebene und gucken aber hier sind auch ganz viele drüber sitzend hier sind leer geräumt hier da ist jetzt auch keiner ausgewählt oder wie sehe ich das nö da ist jetzt auch keiner ausgewählt dann man los ist das hier identisch auch nicht geklappt kann aber ist das jetzt ausgewählt ja jetzt kommt doch mal einer die steine da rein das kann ja wohl nicht so sein oder ein bisschen äpfel hier weg da sind steine ausgewählt das waren grüne kugeln oder grüner schleim grüner schleim der hatte das ja sieht so aus der rest ist nämlich nicht ausgewählt alles klar das haben wir hier gemacht rote kugeln okay so der erste hat das da reingelegt jetzt holen sie in der weiß wo weg die steine wahrscheinlich aus dem keller so weiter weg umso besser oder wie war das so das würde bedeuten wir müssen eigentlich steinverarbeitung vorantreiben was macht man da jo keine ahnung eigentlich hier steinwände basteln ich würde sagen wir ziehen hier einfach eine steinmauer danein da sind neue helden gekommen ziehe die einfach mal bis dahin erstmal okay wieviel sind es gewesen drei wohl oder vielleicht sogar vier gut die steine werden hier hingebracht alles gut da sind noch drei von denen zeug ist hier was ausgewählt ja grüne kugeln ist da was ausgewählt dann würde ich sagen mach den mal weg und dann machen wir die kohle da meinen weiß aber gar nicht ja die muss hier runter laufen auch zweier eine stoppeil da ist die kohle was haben wir da noch liegen goldbahn ja und kupfer kupferbahn haben wir da das heißt wir machen ja hier das normale kupfer ein weiß zwar nicht ob es unnormales gibt aber das machen wir da auch mal hin gut steine sind da ausgewählt okay ja da müsste man dann wieder gucken dass man da weitermacht aber ich würde erstmal sagen für die folge soll es wieder reichen ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss